Ja, hallo meine lieben Bienenfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf nordbiene.de. Wir haben heute Samstag 9 Grad im Schatten, das ist relativ milde hier für Ende Februar, Mitte, Ende Februar und wir können hier am Flugloch sogar einige wenige Arbeitsbienen erkennen. Ich möchte das milde Wetter heute nutzen, um diesem Blätterstockvolk den Futterteig aufzusetzen und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß dabei. So, dazu schneiden wir natürlich erstmal ein Loch in den Futterteig. Muss gar nicht so groß sein. Ich sag mal 3 x 3 cm, das reicht. Ah, da ist schön dünn, der Teig. Da sieht man mal. So. Ok. So, Tür aushaken. Ich denke mal nicht, dass ich Rauch benötigen werde hier, denn die Bienen sind ja doch noch in der Wintertraube. So, erstmal alles raus an Isolierung. Ich glaube, die Filzmatte, die können auch raus. So, dann wollen wir mal schauen, was uns da erwartet. Ich glaube nicht, dass ich Rauch benötige, aber schauen wir mal. Dann leistet denn das Handy gute Dienste. Na ja, da können wir doch Bienen sehen. Ohne Rauch könnte das kribbelig werden. Ja, da brauchen wir auch. Okay, also Rauch anmachen, nützt nichts. So, Rauch ist da, dann wollen wir da mal kurz die Bienen vertreiben. So. So. Okay. Ja, da können wir noch Futter sehen. Alles gut. Also am Hungertuch nach, das folgt jetzt noch nicht, aber ist doch schön. Okay. So, die zwei Bienen sind auch noch weg. Alles klar. So. So. Futterteig ist geöffnet. Einmal rauf, schön bienendicht abschließen. Der Teig ist ja relativ weich. Sehr schön. Das war es eigentlich schon. Jetzt können wir als erstes erstmal dieses Isoliermaterial nehmen. Und das ist dann auch warm genug. Schön andrücken. Überall. Herrlich. Ja. Das soll es erstmal gewesen sein. Okay. Ja, meine lieben Bienenfreunde. Eine schnelle Geschichte. Ganz kurz musste noch Rauch gemacht werden, weil es waren tatsächlich Bienen oben im Futterloch. So. Und die bekommen jetzt Futter. Das beobachten wir weiter. Ein Kilo. Das dürfte ja nicht allzu lange dauern, bis das abgenommen wird. Und das schauen wir uns dann vielleicht nächstes Wochenende schon wieder an. Und da vermute ich mal, dass der Großteil dieses Teiges dann abgenommen wurde. So. Es ist relativ ungemütlich. Zwar nicht besonders kalt, aber doch wieder windig. Der Sturm, der soll ja zunehmen. Und morgen erwarten wir dann den nächsten Orkan hier. So. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbine.de. Dankeschön. Tschüss.